Da sagt man gerade, dass er keine schlechten Mods macht und instant crasht das Spiel. So, also die Map will nicht. Das heißt, wir werden einfach auf Drive-Inland das Normale gehen und uns da dann wenigstens etwas vergnügen. Zwar ohne Rain-Mod, aber naja, damit müssen wir jetzt wohl oder überleben. So, Loading. Mal sehen, was wir da so für Adventures erleben werden, sozusagen. Welchen Wagen? Ich würde sagen, wir nehmen wieder den VW Polo RWRC. Oder komm, nee, 2006 mit dem Spiel in Lancer Evolution habe ich jetzt Lust drauf. Nehmen wir die Gravel-Variante, wenn man hier zwar auch hauptsächlich über Tarmac, sprich Asphalt fährt, aber das ist jetzt nicht so wichtig. So. Okay, aufpassen, schön aufpassen mit dem Fahren. Oh, und irgendwo gegencrashen. Oh Gott! Na, da habe ich was übersehen. Oh, das hat unser Auto böse beschädigt. So, hier links. So. Gut, hier rechts. Oh Gott, aufpassen auf Steine. Da seht ihr gerne, gerne mal Steine im Gebüsch versteckt. So, hier Handbremse. Verdammt. Nicht so gut gewesen. So, und jetzt hier ist aufpassen angesagt. So. Und hoch. Ich habe gerade die FPS im Arsch, oh Gott. Nein. Au. 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 Boah, was geht mit den FPS gerade ab? Mega im Arsch. 17? Sind wir? 19. Knapp verschätzt. Boah, was geht mit den FPS? Sind ja mega schlimm gerade. Müssen wir einmal kurz drehen. Jetzt wieder besser, glaube ich. Ich weiß nicht. So, Rallye Art. Schön mit dem Mitsubishi hier. Langcruisen geht es da rechts. Ja, da geht es in den Häusern und hier. Drog-Eyed haben wir uns noch nie so wirklich umgeschaut. Kann das sein? Oh. Best Fahrskills. Das, meine Lieben, lernt man in fast 340 Folgen BMG. Nicht fahren zu können. So. Gott, aufpassen. Vor allem zieht das Auto jetzt nach rechts. Ah, fahren wir es mal hier rein. Ich wollte gerade sagen, improvisieren wir es mal. Improvisieren wir mal, aber das hat sich jetzt nicht wirklich verbessert. So. Au. Und wir sehen, ob wir hier eine Runde schaffen, ohne kaputt zu... Ohne jetzt noch einen Crash zu machen. Beziehungsweise jetzt zum Ausgang kommen. Ich habe keine Ahnung, wo der ist. Oh, und da war der Crash. Und das Rad ist verschwunden. Ähm. Ich habe Bock zu fliegen. Komm, land nur. Nimm mal mal, ansonsten die Chaos-Gibli. Haha. Könnte ja sein, dass wir wieder nicht... fliegen können. Natürlich können wir nicht fliegen, weil... BMG... Neuestes... Mit dem neuesten Update... will das ja nicht mehr so wirklich... Ja, aber es kutscht an. Es kutscht so an. Dann. Komm, flieg hoch, flieg hoch. Ach, komm. Und jetzt roll doch nicht die Anzeite lang. So, Greenwood. Ne, ne, warte, dann nehmen wir... Sorry, dass ihr jetzt vielleicht gerade ein bisschen eklig Augenkrebs bekommt. Rapid Cruiser. Police. Boah, schön. Nein, was? Ich muss vollgewinnen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Hoffentlich gefallen, dass wir sehen uns dann in ein paar Tagen. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss, tschüss, tschüss. 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 Tschüss.